Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum Tutorial für Kerbal Space Program und wir sind gerade im Landeanflug auf Minimos. Da hinten sieht man Kerben untergehen. Was wir jetzt schon mal machen können ist die Oberfläche anpeilen, also durch einen Klick hier drauf und rückläufig gehen. Je nachdem wie gut man an solche Sachen denkt, kann es jetzt Sinn machen vielleicht die Landebeine auch schon mal auszufahren und je nachdem wie wichtig es einem ist zu sehen, was man da unten treibt, kann man auch Licht anmachen. Das geht über diesen Knopf. Wir haben den großen Vorteil, dass wir tatsächlich heute auf einem gut sonnenbeschiedenen flachen Platz landen werden. Das heißt, für uns sollten das alles keine Probleme sein. Was jetzt mal gucken müssen ist, inwiefern sich der Planet noch oder der Mond noch ein bisschen weiter dreht, während wir nach unten fallen. Das dauert ja noch einen kurzen Moment und ihr seht, wir haben da so eine leichte Bewegung drin. Wenn ihr sowas habt, dass ihr merkt durch die Ohr und während ich lande, kommt langsam noch irgendwie eine Felsklippe hier näher. Dann geht ihr einfach aus dem Zeitraffer raus oder ihr seid gar nicht erst im Zeitraffer. Was ihr dann machen könnt, ist hier noch mal ein Manöver hinzufügen zum Beispiel und einfach noch mal ein bisschen bremsen. Das hat den Vorteil, dass ihr gleichzeitig auch ein bisschen eure Sturzgeschwindigkeit schon mal reduziert und ihr seht, wir kommen dadurch noch mal kürzer oder ihr könnt natürlich auch noch solche Korrekturen vornehmen. Ich lasse die Korrektur jetzt einfach mal so, dass wir so ein bisschen mehr auf die Mitte dieses Beckens zielen und dieses Manöver fliegt ihr dann einfach, wenn es angesagt wird. Der wichtige Punkt bei so einem Abstieg ist eigentlich immer, werdet nicht panisch und behaltet ein bisschen eure Geschwindigkeit im Auge, mit der ihr so unterwegs seid und den Abstand zum Boden. So ein Zwischenmanöver kann da auch sehr hilfreich sein, weil was wir jetzt tun, ist natürlich unsere Geschwindigkeit schon mal deutlich reduzieren, dass wir dem Boden nicht ganz so schnell näher kommen. Das wird natürlich durch den Fall auch wieder beschleunigt. Es gibt so eine Idealnummer, das nennt sich Suicide Burden, das heißt nicht umsonst so, also Selbstmord-Burn oder Hover-Slam kennt man auch von SpaceX. Da zündet man exakt in dem Moment, dass man dann still steht, wenn man unten angekommen ist. Wenn man sich dafür tut, kann man ganz schön böse in die Toilette greifen, um es mal so zu formulieren. Deshalb seid bei euren ersten Landungen einfach vorsichtiger und fliegt einfach gesittet, sage ich mal. Und das machen wir jetzt. Wir fliegen jetzt erstmal dieses kleine Korrekturmanöver. Das bringt uns schon mal ein bisschen weiter aufs Plateau. Und wie gesagt, ihr seht auch, unsere Gesamtgeschwindigkeit wird dadurch deutlich reduziert und wir kommen ein bisschen langsamer runter, was die Landung etwas einfacher macht. So, jetzt gucken wir mal. Ich lasse den Zeitraffer jetzt ein bisschen laufen und wir können das hier sicher zwar umstellen, hier macht es jetzt keinen Unterschied, aber ihr könnt bei einer Landung, solltet ihr eigentlich immer gucken, dass ihr das hier benutzt, damit ihr nicht irgendwelchen falschen Zahlen auf den Riemen geht. So, denn das und das ist nicht immer das Gleiche, wenn ihr über irgendwelchen Unebenheiten seid. So, und was ich persönlich auf Minmus ganz gut finde, wir haben jetzt eine Geschwindigkeit von 105 Metern pro Sekunde. Lasst euch nicht zu tief durchsacken. Ich nehme immer gerne bei Minmus so auf fünf Kilometer Höhe langsam die Geschwindigkeit ein bisschen zurück. Auf dem Moon tue ich das ehrlich gesagt sehr viel eher, weil da die Schwerkraft einfach auch stärker ist und ich nicht immer ganz sicher bin, ob mein Lander dann noch genug Schubgewichtverhältnis hat, um das so schnell runterzubremsen. Auf Minmus habt ihr sehr, sehr hohe Schubgewichtverhältnisse. Also hier seht ihr zum Beispiel, wir haben ein Zehner-Schubgewichtverhältnis. Da geht schon einiges. Also wir könnten zehnmal so großes Raumschiff bremsen. Da seht ihr auch, wenn ich jetzt auf Vollschub gehe, geht die Geschwindigkeit sehr, sehr schnell zurück. Ich reduziere das Ganze jetzt mal so auf ungefähr 50 Meter pro Sekunde und lasse uns dann weiter durchsacken. Und da merkt ihr schon, guck mal, wir haben jetzt um von 100 Meter pro Sekunde auf 50 Meter pro Sekunde runterzubremsen. Das hat uns ungefähr 1500 Meter gekostet. Also wir haben ganz gut Druck hinter unserem Antrieb hinter. Und wenn ihr das hier nutzt, das ist jetzt noch eine Warnung. Wenn ihr auf Retrograd oder rückläufig geht und bremst, kann es passieren, dass kurz bevor ihr aufsetzt, wenn das gegen Null geht und der beginnt sich zu bewegen, euer Raumschiff sehr stark flippt, achtet immer darauf, dass ihr dann guckt, das nochmal gerade zu stellen. Was ich jetzt mache, ich gehe jetzt auf einen Drittelschub, weil das beginnt ganz gut schon mal gegen zu bremsen und lasse das ein bisschen runterlaufen. Und ihr seht, wir sind jetzt noch 1000 Meter und jetzt beginne ich wirklich mal stärker gegen zu bremsen und die Geschwindigkeit rauszunehmen. Das ist so ein bisschen eine Gefühlssache, wo man sich daran gewöhnen muss. Jetzt sind wir schon relativ gut abgebremst. Wir haben noch knappe 25 Meter pro Sekunde, noch 800 Meter zum Boden. Das ist fast schon ein bisschen langsam, also ich gehe jetzt mal mit dem Schub ein bisschen runter, mehr, so dass es immer noch ungefähr knappe mehr, so. Es bremst uns immer noch ein bisschen und ich weiß, ich kann jetzt mit einem kleinen Zug am Schubhebel nochmal deutlich mehr Schub rausholen. Achtet darauf, dass ihr nicht zu langsam sinkt. Wenn ihr sehr, sehr langsam runterkommt, natürlich verbraucht dieser sehr langsame Abstieg, währenddem ihr immer wieder bremst oder immer noch bremst, immer auch sehr viel Sprit. Aber achtet eben auch drauf, nicht zu schnell zu landen, damit ihr nicht irgendwie aufschlagt. So, und jetzt gebe ich ein bisschen mehr Schub, um schon mal gegenzuwirken und ich schalte jetzt um auf Stabilitätsassistenz only, also, dass ich quasi die Kontrolle habe, weil jetzt beginnt dieses Wandern und ganz, ganz vorsichtig gehe ich jetzt runter. Wichtiger Punkt, vor der Landung immer schön F5 machen. Ich habe es jetzt nicht gemacht, aber solltet ihr dringend tun, damit ihr nachher nicht alles doppelt macht. So, und jetzt nehme ich ganz viel Schub raus und in dem Moment, wo ich aufsetze, mache ich aus. Und das ist auf Minmus so ein bisschen der, der tricky Punkt. Auf Minmus versucht auf jeden Fall mit allerhöchstens ein, zwei Metern pro Sekunde aufzusetzen. Denn setzt ihr mit mehr Schub auf, gerade auch durch die Federung in den Landebein, wird es euch wieder hochflippen und euer Raumschiff springt. Und gerade bei den ersten Landungen ist das schwierig zu handhaben, sage ich mal. Okay? Gut, wir sind angekommen. Das heißt, wir können jetzt natürlich Minmus ein Stück weit erforschen. Einen Teil unserer Auftragsparameter haben wir auch schon erledigt. Wir haben nämlich aufgesetzt auf Minmus. Jeder überlebte Absturz zählt. Wir haben ein paar Meilensteine noch geknackt, aber wir haben ja noch ein bisschen mehr zu tun. Wir sollen nicht die Oberfläche betreten, also hier eine EVA machen. Wir sollen nachher zurückkehren. Das wäre auch noch ganz gut. Wissenschaftliche Daten wollen wir auch noch mitbringen. Und eine Flagge ist noch im Programm. Und das wollen wir natürlich alles gerne noch machen. Ich bereite uns jetzt mal auf die Bodenoperationen vor, indem ich hier unsere Leiter schon mal ausfahre. Das ist ja die Leiter, an der wir auch runterklettern wollen auf den Boden. Und wir haben hier unsere seitlichen Leitern, die uns an die Fächer ranlassen. Die werde ich jetzt auch mal gucken, dass ich die aufmache. Zack. Damit haben wir jetzt eigentlich den Forschungsmodus erreicht. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auch mit dem Wissenschaftler raus und kümmern uns um all die Dinge, die es zu tun gibt. Das Schöne ist, wir haben hier tatsächlich auf Minmus wirklich eine unglaublich niedrige Schwerkraft. Ich lasse jetzt mal los. Und jetzt zeige ich euch das mal. Das merkt ihr schon beim Laufen. Also Bob macht hier richtig Hüpfer. Also wenn wir uns das mal von hinten angucken, seht ihr, Bob ist mit sehr, sehr großen Schritten unterwegs. Und das liegt daran, dass ihr auf Minmus 0,05G habt. Das ist nicht besonders viel. Also so ein zwanzigstel oder auch fünf Prozent der Kerbin-Schwerkraft. Das heißt auch mit dem Jetpack, und da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, wenn ich jetzt das Jetpack anmache und Schub nach oben gebe, ich habe jetzt noch ganz kurz gedrückt, seht ihr, ist schon ein riesiger Sprung. Wenn ich ein bisschen mehr Schub gebe, bin ich auch direkt unterwegs. Im Prinzip kann man auf Minmus mit dem Jetpack in Orbit kommen. Um es mal grob zusammenzufassen. Was nicht funktioniert, ist euer Fallschirm. Das braucht ihr gar nicht probieren. Minmus hat keine Atmosphäre. Aber seid hier sehr vorsichtig mit dem, was ihr tut. Auch Sprünge, also mit der Leertaste kann ich ja springen, sind relativ heftig auf Minmus, wie ihr seht. Ich habe jetzt nur einmal die Leertaste gedrückt, um zu springen und bin höher gesprungen als das ganze Raumschiff. Das heißt auch, dass ich mit relativ hoher Geschwindigkeit natürlich wieder aufschlage. Wobei Aufschlagen auch bei niedriger Geschwerkraft verkraftbar ist. So, jetzt gucken wir mal, dass wir unsere Sachen erledigen. Und zwar, wir sollen ja eine Flagge aufstellen. Das kriegen wir, glaube ich, ganz gut hin. Zack. Einmal aufgestellt. Auch fast gerade im Boden. Naja, nicht ganz. So, das ist unsere erste Minmus-Landung. Und die haben Bob und Jerry Dyer Körmann durchgeführt. Und ihr seht, selbst durch seinen Gefummel an den Armen beginnt er quasi zu fliegen. Jetzt kümmern wir uns mal um die Experimente. Wir haben ja ein bisschen was zu tun. Und zwar, was wir einmal tun können natürlich, ist unseren EVA-Bericht hier nehmen. Und wir können auch noch eine Oberflächenprobe entnehmen. Die sind mittlerweile richtig wertvoll. Also, es gibt 150 Wissenschaftspunkte für eine Bodenprobe von Minmus. Zumindest in dem Schwierigkeitsgrad, in dem wir gerade spielen. So, dann vorbeigeflogen. Und jetzt gehen wir hier mal die Leiter hoch. Das müsste das Experimentfenster sein. Genau. Und machen hier die Experimente fertig. Also, wir beobachten den mysteriösen Schleim. Beobachtet. Wir sind nicht nah genug dran gerade. Jetzt Temperatur protokollieren. Zack. Und wir wollen natürlich auch noch die Druckdaten protokollieren. So, die können wir uns alle schon mal mitnehmen. Jawohl. 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 Das hat nämlich den Vorteil, dass wir gleich nochmal, wenn ich dran denke, ich hoffe, ich denke dran, wenn wir starten aus dem niedrigen Körbenflug noch einmal diese Experimente durchführen können. Dann haben wir die in den Containern gleich nochmal mit drin nachher. So, und jetzt gehen wir mal rüber zum Thema Bodenstation und holen uns die Bauteile. So. Der Idealzustand ist, wie gesagt, wenn ihr einen Wissenschaftler und einen Ingenieur mit dabei habt. Der Ingenieur kann nämlich die technischen Bauteile, also gerade die Strombauteile besser aufbauen und der Wissenschaftler die Experimente. Wir haben jetzt nur einen Wissenschaftler, also gucken wir einfach mal, dass wir den mitnehmen. Also einmal mit links draufklicken, über den Körbel gehen, dann geht das auf, ins Inventar legen, zack und dann einmal runter und wir beginnen jetzt einfach mal mit der Experimentenüberwachungsstation. Was ist denn einmal los? Dann geht es los, dass wir hier in Richtung ein bisschen weglaufen. Ihr merkt, das Gewicht ist jetzt auch vom Laufverhalten her ein bisschen anders. So, und jetzt können wir rechtsklick auf den Körbel mit Klick auf diesen kleinen Pfeil und Kreis die Experimentierstation aufbauen. Das funktioniert folgendermaßen, wenn ihr jetzt einfach Space drückt, baut ihr sie dorthin. Mit J und L könnt ihr das Ganze noch ein bisschen platzieren, also drehen quasi und mit Escape abbrechen. Ich bin völlig einverstanden damit, wie das hier so steht. Deshalb drücke ich jetzt einfach mal die Leertaste, dann fällt das runter und dann dauert es einen kurzen Moment, bis sich das aufbaut und wir können dann dem Ding rumspielen mit F oder mit Rechtsklick hier die ganzen Geschichten auch nochmal uns angucken, Kamera drauf fixieren und so weiter. So, damit das Ganze funktioniert, brauchen wir jetzt natürlich Strom und jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe das bisher selber im Tutorial nur mit dem Techniker aufgebaut. Da kriegen wir vier Strompunkte raus. Basismäßig macht es einen und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir uns in die Nesseln gesetzt haben ohne den Techniker. Also, ob wir aus dem Solarmodul mehr als einen Strompunkt rausbekommen, denn wir brauchen zwei. Nämlich einen für die Basisstation und einen für unser Experiment. So, und jetzt gucken wir mal, ob das hinhaut mit einem Wissenschaftler oder ob wir dafür den Techniker brauchen, weil dann ist unsere Bodenstation nicht besonders effizient, wenn sie nicht genug Strom hat. Wir haben noch Sonne im Moment, können also direkt loslegen. So, und ich würde sagen, ich baue jetzt mal das Experiment einfach hier neben mir, nicht das Experiment, die Photovoltaik, also das Solarpanel, daneben auf. So, wir machen das mal. Oh, ungefähr, sieht auch nicht schlecht aus. Zack, einmal aufgebaut. Jetzt gucken wir mal, was das liefert. Oh, erzeugte Stromeinheiten eins, benötigte Stromeinheiten null. Im Moment sieht es aber gut aus, also es wird hier scheinbar nichts benötigt, weil die Bodenstation vermutlich gerade noch nicht aktiv ist. Wir werden mal sehen, wir bauen jetzt mal das Experiment noch auf. Wenn wir Glück haben, ist es so, dass das Experiment Strom verbraucht, während es läuft und die Bodenstation selber nur Strom verbraucht. Oh, das war nicht die Leiter. Ihr seht, das ganze Raumschiff agiert da sofort, weil selbst dieser kleine Schwung, dass ich da jetzt drunter geraten bin, weil er nicht versucht hat, an der Leiter zu klettern, sondern am Raumschiff, hat mich drunter gestuckst und das ganze Ding hat gewackelt und dann hat es mich drunter dragdolten, nennt man das. Also ich habe keine Kontrolle mehr über den Körbel gehabt. Ganz vorsichtig an die Leiter. Und kleiner Mann, jetzt müsste es die drei Leiter sein. Ja, sehr schön. Okay, das heißt, wir holen jetzt noch das letzte Experiment und wie gesagt, die Experimente sind explizit natürlich Content aus dem Breaking Ground DLC. Wenn ihr das nicht habt, dann tut all die anderen Sachen. Nehmt die Bodenprobe mit, nehmt Temperaturmessung mit, nehmt die Luftdruckmessung mit und alles, was ihr schon an Experimenten habt, EVA-Bericht, alles mitnehmen und auf jeden Fall in eurem Raumschiff nach Hause bringen. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier noch zusätzlich unsere Bodenstation platzieren. Zack. Und das ist immer wichtig, dass ihr die auf jeden Fall mit Wissenschaftlern aufbaut, denn die liefern sehr viel mehr Wissenschaft, wenn Wissenschaftler sie aufbauen. Einfach, weil das die Profis sind. Und der benötigt eine Stromeinheit. Okay. So, wir können jetzt hier auch ein bisschen, ihr könnt immer mit F, könnt ihr dran rumspielen. So, und dieses Experiment überwacht jetzt eine gewisse Zeit lang diesen Schleim und funkt das dann nach Hause. Und so, und jetzt gucken wir uns mal an der Station insgesamt an, was hier los ist. Sieht gut aus, scheint zu funktionieren. Vielleicht auch nicht. Er sagt, gar keine Stromeinheiten werden benötigt. Strom erforderlich gesamt zwei Spannung niedrig insgesamt verfügbare Leistung eins benötigte Stromeinheiten eins erzeugte Stromeinheiten null Spannung niedrig könnte schlecht sein. Also eventuell haben wir das Problem, dass tatsächlich das Ding hier nicht funktionieren wird, weil uns ein Strom fehlt, weil es der Ingenieur nicht aufgebaut hat. Das wäre natürlich nicht so gut. Das werden wir über die Dauer sehen, wie weit das Experiment kommt. Aber wie gesagt, achtet darauf, dass ihr im Idealfall im Ingenieur die Sachen aufbaut. Und er sagt auch null Punkte pro Stunde. Null Einheiten, er kriegt keine Energie, wenn ich das richtig verstehe. Das sieht nicht so gut aus. Das sieht wirklich nicht so gut aus. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich so ein zweites Solarpanel beziehungsweise einen Ingenieur, der es aufbaut. Müssen wir beim nächsten Mal darauf achten, dass wir da auch wirklich einen Ingenieur mitnehmen. Lesson learned. So, und jetzt begeben wir uns ins Raumschiff zurück. Vorsichtig. Und packen unsere ganzen Sachen da sauber wieder rein. So, das Klettern haben wir ganz gut gebaut. Das scheint... Oh nein. Nein. Nicht F drücken, B drücken. Das ist der wichtige Trick dabei. Ich habe kein F gedrückt, weil ich noch weiter klettern wollte. und das war natürlich falsch, weil er damit aufs Dach hochgeklettert ist. Ganz schlechte Idee insgesamt. Vorsicht. Vorsicht. Ihr seht, geringe Schwerkraft ist nicht immer einfach zu handhaben. So, und jetzt klettern wir nochmal hoch und drücken diesmal auch wirklich B, also an Bord gehen. Wenn ihr mit mehreren Körbels unterwegs seid, selbst wenn ihr alle Sachen erledigt habt, dann lasst den anderen Körbel nochmal aussteigen, damit er auch seine Erfahrungspunkte bekommt. Und auch Jebediah sollte der Fairness halber ein bisschen auf dem Bindmuss rumlaufen dürfen. Guckt mal, wie glücklich ihn das macht. Guckt mal, wie glücklich ihn das macht. Weee! So, okay, ich gehe mit ihm direkt wieder an Bord, aber das sollte einmal sein. Und was wir gleich machen werden, ist eine Sache auf jeden Fall schon mal, na, jetzt, eine Sache auf jeden Fall schon mal rausfunken, nämlich den EVA-Bericht. Dann haben wir nämlich auch direkt noch eine Mission erfüllt, nämlich wir sollten jetzt hoffentlich eine Verbindung bekommen. Nein, bekommen wir nicht, weil Körben nicht in Reichweite ist. Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Haben wir keine Sichtlinie nach Körben? Tatsächlich. Ah, wir sitzen gerade ein bisschen doof, wir haben uns weiter gedreht. Okay, das heißt, das können wir erst aus der Umlaufbahn machen. Dann ist das so. Dann werden wir die Antenne erstmal einfahren. Noch kein Funknetzwerk. So, dann alle Leitern einfahren. Was wir noch offen lassen, sind die Klappen und den Zugriff auf diese Experimente. Was ich jetzt tue, bevor ich starte, ich pinne mir die Dinger hier oben mit der Nadel einmal raus, dass ich die habe. Dann muss ich gleich beim Starten nicht nach ihnen suchen. Ansonsten gilt, wie bei Körben und beim Moon auch, wir starten in Richtung Osten. Das heißt, 90 Grad hier auf dem Navball, das ist unsere Richtung, in die wir gleich pitchen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall erstmal das SRS anmachen, bevor wir starten. Und auch hier gilt wieder, ob ihr jetzt direkt auf Vollschub geht oder ob ihr das mit Shift langsam hochschiebt, das ist egal. Wichtig ist, ihr könnt relativ schnell, also fast instant, in Richtung der 90 Grad wegpitchen. Wir müssen hier keine Atmosphäre beachten, das ist genauso wie beim Moon, je flacher ihr wegstartet, umso effizienter ist es. Und deshalb gehe ich jetzt mal auf Schub. Wir verlassen Minmus wieder und gehen direkt auch auf den 90 Grad Pitch. Sobald ihr pitcht, seht ihr auch in welche Richtung ihr fliegt. Und wenn dort ein hoher Berg kommen würde, dann bleibt ein bisschen aggressiver in der Höhe. Hier kommt grob gar nichts, deshalb gehe ich jetzt wirklich auf dem Horizont runter. Und ihr seht hier hinten ja schon, wie hoch eure APO-Apsis ist. Die können wir jetzt erstmal wieder auf die 20-30 Kilometer hochpressen und das können wir wie gesagt sehr sehr flach tun, weil hier erstmal in unserem Abflugwinkel relativ wenig an Dingen ist, die uns ein Problem bereiten und das war es auch schon. Das war die Zündung, die wir gebraucht haben, um von Minmus wieder fast in den Orbit zu kommen. Also wir müssen gleich nochmal an der APO-Apsis zünden. Aber es ist wirklich nicht aufwendig, sehr sehr geringe Schwerkraft und dann können wir uns langsam in Richtung unseres ersten Minmus Landung mehr oder weniger erfüllt. Wir müssen noch ein bisschen was erledigen, also die Daten auf jeden Fall noch übertragen und hier können wir jetzt unsere Protokolle noch machen. Oh, näher hatten wir schon mal. Schade, ich dachte, ich war noch nicht in der Nähe. Mit dem Schleim vielleicht noch. Ah, der bringt noch ein bisschen was. Na gut, dann habe ich die bestimmt auch schon gemacht. Schade, schade, schade. Okay, ich hatte gehofft, dass sich das nochmal lohnt, aber habe ich wohl schon mal gemacht. Versuch macht klug und genau, ich fliege jetzt hier relativ knapp, sagen wir mal, über die Berge drüber. Das geht alles noch ein bisschen schlimmer. Achtet einfach darauf, dass ihr nicht zu tief geht, das ist immer ein bisschen unangenehm, wenn man mit ein paar hundert Meter pro Sekunde in irgendwelche Felsen einschlägt. Ansonsten ist das aber relativ ungefährlich und ab 3000 Meter Höhe, also 3000 Meter nautische Nullhöhe, könnt ihr dann auch den Zeitraffer anschmeißen und euch ein bisschen schneller in Richtung Orbit tragen lassen. Wie gesagt, ganz ganz wichtig immer bei Himmelskörpern oder Planeten, Monden, was auch immer ihr landet ohne Atmosphäre, könnt ihr einfach sehr sehr viel flacher starten, als ihr das auf Himmelskörpern mit Atmosphäre tun könnt. So, auf 32 Kilometer müssen wir trotz allem dann nochmal einen Prograde Burn oder rechtläufig Burn machen, damit wir zurück in den Orbit finden, denn unsere Priapsis ist immer noch bei Minus Kilometern, das heißt, so sieht das aus, das ist halt ein super vitaler Flug und das ist ja nicht das, was wir anstreben, deshalb gibt es jetzt einfach nochmal kurz Schub und Schwupps sind wir am Orbit und den ziehe ich jetzt noch ein bisschen gerade, dass der zumindest mal auf die 10 Kilometer kommt, so und das sollte dann auch erstmal für unseren Abflug reichen. Ich gucke mal kurz, ob wir jetzt gerade, das könnte, ja das sollte jetzt können wir das nochmal probieren, nämlich unsere Antenne auszufahren und hoffentlich eine Verbindung nach Körbing bekommen und das sieht gut aus, diesmal 80% Signalstärke und wir haben bei Kerbalu als Übertragungsmöglichkeit und jetzt können wir mal gucken, wir haben hier verschiedenste gespeicherte Daten, achtet immer darauf, dass ihr nicht sowas hier übertragt, einen Atmosphärendruck scannen bringt euch 60 Wissenschaft, wenn ihr den funkt, bringt er euch aber nur 38,6 Wissenschaft, sowas aber immer aufheben und schön zurückbringen und wir haben noch einen EVA-Bericht und das ist eigentlich ideal zum Übertragen und das hilft euch insofern, also wir können damit die Mission jetzt schon abschließen, wenn wir es mitnehmen würden wir die Mission später abschließen, das ist jetzt nicht so, als ob das irgendwie spielentscheidend wäre, aber die können wir verlustfrei übertragen und können damit sicherstellen, dass egal was mit dieser Mission noch passiert, wir diese Daten auf jeden Fall schon mal sicher haben und damit jetzt auch die Wissenschaftsdaten von der Oberfläche von Minmus als Mission abgeschlossen haben. Die anderen Sachen speichere ich alle, weil ihr habt ja gesehen, die sind alle nicht verlustfrei übertragbar und damit haben wir jetzt schon einiges geschafft, auch wieder relativ viel Geld verdient und auch Wissenschaftspunkte eingefahren und jetzt können wir mal gucken, wie wir es machen wollen. Letzten Endes könnten wir jetzt mit diesen Wissenschaftsdaten einmal nach Körben zurückfliegen einfach und sie direkt kassieren oder wir fliegen damit zu unserer Raumstation und verarbeiten sie dort wieder zu weiterführenden Wissenschaftsdaten, also lassen die Daten durch das Labor laufen und bekommen über die Zeit sehr viel mehr Wissenschaftspunkte raus. Ich persönlich bin großer Freund davon, das zu tun und deshalb werden wir mal gucken, wir haben eigentlich noch genug Delta V, wenn jetzt nicht irgendwas komisches auf der Rückreise passiert, können wir noch in aller Ruhe die Raumstation ansteuern und dafür sollten wir jetzt auf jeden Fall als allererstes Mal unseren Abflug einplotten. Das machen wir ein Orbit später und dann geben wir nämlich schon mal Gas, auch hier wieder entgegen der Umlaufbahn. Auch hier kann man gucken, wie weit das dann noch Sinn macht und wie weit nicht. Funktioniert aber nicht so gut wie beim Moon für einen direkten Rückflug. Guckt nicht, guckt dass ihr mit der Umlaufbahn nicht höher kommt, als es eh schon war. Wir machen jetzt diesen Exit, das reicht uns, dafür brauchen wir 63 Meter pro Sekunde und sobald wir den haben, das könnt ihr hier immer noch mal nachgucken, das ist da hinten dann quasi in zwei Tagen und fünf Stunden, dann werden wir uns runterbremsen, um den Wiedereintritt auf Current zu bekommen. Dafür jetzt wieder einmal zum nächsten Manöver vorspulen, dann übernimmt er für euch den Zeitraffer, das macht insofern jetzt hier Sinn, dass ich aus dem Zeitraffer einmal rausgerissen werde, also der sich verlangsamt, weil ich nicht allzu viel Höhe habe und er dann aber automatisch durch dieses, ich Zeitraffer mich daran, sobald ich eine gewisse Höhe erreicht habe, auch wieder etwas mehr Zeitraffer bekomme, also er kümmert sich darum. Da unten ist nochmal unsere Experimentenfarm, die leider nicht so hundertprozentig funktioniert hat, wie ich das geplant hatte, da wäre tatsächlich der Ingenieur auf dieser Zwei-Personen-Mission die bessere Wahl gewesen, hätte nicht ganz so viele Wissenschaftspunkte gegeben, dafür hätte es auf jeden Fall funktioniert, aber ihr habt die Chance aus meinen Fehlern zu lernen, um es andersrum zu machen, so sieht es aus. Gut, jetzt haben wir eine elfsekündige Zündung und können damit dann uns schon mal aus der Minmus Umlaufbahn raus befördern, das geht relativ flink und ihr seht jetzt, das was wir hingemacht haben, kann man jetzt eigentlich rückwärts im Prinzip sehr ähnlich abwickeln. Wir haben den Vorteil, dass wir aus einer sehr hohen Umlaufbahn kommen und eine Sache, die wir jetzt mal tun können, bevor wir die Raumstation anfliegen, ist nämlich in der hohen Umlaufbahn, die wir gleich haben werden, um Körben, nochmal testen, ob wir die Inklinationen anpassen können, also ob wir eventuell Glück haben und eine nicht allzu lange Strecke, beziehungsweise kann es uns eigentlich auch egal sein, weil wir können einfach da einen Zeitraffern haben, um die Inklinationsanpassung zur Station zu machen, denn diese liegt ja wieder auf der, ihr erinnert euch, Äquatorialumlaufbahn. Das heißt, wir müssten eigentlich, was hatten wir, 230, glaube ich, knapp ausgegeben, um die Inklinationen von Minmus zu erreichen. Wir haben jetzt natürlich die Inklinationen von Minmus wieder und was wir dafür jetzt machen ist, wir gehen jetzt mal, doppelklick auf den Moon, um uns ranzuschleichen, doppelklick auf Körben, sobald ich sehe. So, wir wollen zur Orbitalstation, die klicken wir jetzt mal drauf, als Ziel setzen. Jetzt stellen wir relativ schnell fest wieder, ja, okay, 5,6 Grad Abweichung und wir wollen jetzt hier hinten, also wieder gleich das Spiel, den da drüben klicke ich mit rechts, hier mache ich mein Manöver und jetzt sagen wir einfach, ach Mensch, die Zeit gönnen wir uns, wir warten noch acht Tage und wir gleichen das aus. Das heißt, wir bringen das hier wieder auf 0,0, diesmal muss ich nach oben ziehen am Manöver, das war ein bisschen viel des Guten. Jetzt ist es 0,0 und guckt mal, wie viel Delta V wir jetzt noch ausgeben, weil wir ganz weit draußen sind. Wir sind nicht mehr im Gravitationseinfluss von irgendwas. Das heißt, weit draußen jetzt die Inklinationsanpassung zu machen, ist unglaublich viel effizienter, als wenn ihr erst in den Körben Orban fliegt und dann wieder 230 Delta V dafür ausgebt, die Inklination anzupassen. Hier draußen sind es keine 30. So, und da müssen wir dann natürlich jetzt einmal Hinzeit raffern. Das kostet uns ein paar Tage, aber ist sehr, sehr, sehr viel effizienter und damit auf jeden Fall ein Tipp wert, wenn ihr vielleicht noch ein bisschen was Komplexeres machen wollt. Also zum Beispiel in unserem Falle jetzt sagt, okay, ich will noch zu dieser Raumstation und ich muss diesen Orbit nochmal matchen, ich muss runterbremsen, ich kann nicht komplett mich drauf verlassen, dass das alles auf Basis von ich trete nur wieder ein und alles passiert passiv, sondern ich muss wirklich Sprit dafür ausgeben. Dann sind auch 2200 Delta V irgendwann mal alle. Und wenn ihr jetzt vielleicht nur noch 1000 habt, dann müsst ihr euch halt langsam überlegen, was ihr noch tut. Und da ist halt genau diese Ersparnis, die wir jetzt gerade reinbringen, wirklich, wirklich Gold wert und hilft euch enorm, auch relativ anspruchsvolle und komplexe Missionen zu erledigen. Und zwar auf eine relativ einfache Art und Weise. So, wir bremsen das jetzt einmal runter. Und das Schöne ist, sobald wir die Inklination jetzt angepasst haben, was ja gleich der Fall ist, können wir direkt hier runterbremsen und können auch einfach mal gucken, was beim Encounter bei rumkommt. Mit ein bisschen Glück treffen wir sogar von hier oben die Raumstation und wenn nicht, können wir von hier oben relativ leicht entscheiden, wie wir damit umgehen wollen, wenn wir sie eben nicht exakt treffen. Also wir haben jetzt 0,0, Inklination passt. Was wir jetzt tun können, das ist hier auch nicht so effizient wie hier. Das heißt, habt ihr wirklich Spritprobleme, macht das immer auf der Apoapsis. Wir haben gar keine Spritprobleme, deshalb mache ich es hier. Wie gesagt, auf der Apoapsis seid ihr deutlich effizienter damit. So, wir bremsen jetzt mal rein und gucken uns mal an, was passiert. Jetzt kommt erst mal der Moon ein bisschen in unser Gehege. So, ich muss mal wieder ran ankörben, um zu sehen, was passiert. So, das sind übrigens Doppelklicks, die ich da mache. So, wenn ich den Schub-Nupsi in die andere Richtung drücke, ist es auch Gegenschub. Also wenn ich ihn nicht ziehe, sondern da rein drücke. Und jetzt müssen wir mal gucken. Sobald wir uns dem Orbit nähern, bekommen wir jetzt hier auch eine Anzeige, wo wir uns befinden und wo sie die Raumstation befindet. Und das sieht gar nicht so schlecht aus. Guck mal, wir sind hier und die Raumstation befindet sich hier. Jetzt können wir einfach mal versuchen, das noch ein bisschen runter zu drücken und zu gucken, ob sich dadurch, jawohl, guckt mal, hier ergibt sich auf jeden Fall ein Rendezvous. Also ich bin jetzt mit meinen Augen hier. Wir kommen auf 4,6 Kilometer ran. Was ihr jetzt überprüfen müsst bei sowas, wir unterfliegen jetzt die Raumstation, drücken wir uns hier mit der Kerbin Periapsis in die 70 Kilometer. Hier stehen jetzt 144. Das ist also alles super in Ordnung. Das können wir so machen. Und damit haben wir jetzt ein Manöver, wo wir in einer Stunde und 42 Minuten eine Zündung machen. Und das können wir jetzt natürlich noch abkürzen oder wir können einfach wieder hinworben, um uns dann relativ exakt schon mal zur Raumstation zu bringen, an der wir dann noch bremsen müssen. Und wenn ihr jetzt hier guckt, wir geben jetzt 250 Delta V aus und werden hier dann eine Unterschiedgeschwindigkeit von 982 Meter pro Sekunde haben. Also das ist unsere relative Geschwindigkeit. Und das ist jetzt, was ihr zusammenrechnen müsst, wenn ihr aus so einem hohen Orbit euch irgendwo hinstürzt, um die Raumstation noch zu treffen, dann guckt quasi, was ist die relative Geschwindigkeit? Weil das müssen wir bremsen. Das müssen wir müssen 982,2 Meter pro Sekunde bremsen. Da gibt es auch keine Diskussion. Das müssen wir tun. Dann sind wir aber exakt auf der gleichen Umlaufbahn wie diese Raumstation und können diese letzten paar Kilometer noch überbrücken. Plus 250. Wenn ich das jetzt zusammenrechne, ich bin jetzt mal ganz großzügig, sind das 1250 Delta V. Wir haben deutlich mehr. Also alles ist super. Wenn ihr jetzt schon seht, das funktioniert nicht, dann lasst das. Es wird nicht durch Zauberkraft irgendwie plötzlich funktionieren, sondern ihr müsst die Delta V auch tatsächlich haben. Und ich drehe mich jetzt mal in Richtung unseres Manövers und wir bremsen uns gemütlich ein. Das ist nochmal ein kleinerer Burn und den lassen wir jetzt noch durchlaufen. Und dann haben wir in der nächsten Folge nochmal, um das ein bisschen zu vertiefen und zu wiederholen, weil ich finde immer noch, dass Rendezvous eins der komplexesten, wenn nicht das komplexeste Manöver sind, mit dem man sich ein bisschen beschäftigen muss. Deshalb versucht sie so oft wie möglich zu spielen, damit ihr besser darin werdet und es euch leichter fällt. Denn wenn man es ein paar mal gemacht hat, kriegt man eigentlich ein bisschen den Dreh raus. Wir machen dann Rendezvous in der nächsten Folge mit der Raumstation, liefern unsere Wissenschaftsdaten ab, damit das Labor die verarbeiten kann. Und dann werden wir uns nach Körben zurückbegeben von unserer sehr erfolgreichen Minmus Mission. Bis dahin, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und Tschüss.